Kein Wunder, dass du in ein schlechtes Mikrofon reingehst. Ich geh, ich geh, ey, ey, ich geh in ein schlechtes Mikrofon rein. Er ist vielleicht grad mal elf geworden. Ich bin 15. Alter, selbst meine, meine Schwester hört sich männlich an. Und sie ist elf. Ja, also warum mutet ihr ihn, wenn er schreibt Hackserver und kack, weil er die ganze Zeit zerhackt wird? Warum? Eine vernünftige Antwort, okay? Eine vernünftige Antwort. Oh man! Ja, überleg. Kannst ruhig überlegen. Was jetzt? Du holst jetzt alle, damit du irgendwie eine Ausrede finden kannst. Okay. Alter. Außerdem, wo habe ich dich 30 Minuten lang getargetet? Alter, bist du dumm, ey. Ich glaub es nicht, Alter. Ich mute mich gleich bei Skype. Ich mute mich auch mal bei Skype am besten, okay. Ähm, dann gehen wir los. Okay. Channel switched. User joined your channel. Ähm, warum wurde ich jetzt schon wieder gemutet? Ja. Sag's, Alter! Ja, sag... Warum wurde ich gemutet? Ja... Irgendwinde. Ähm... X-A-Luku kam es vom TS-Bahn. Hä? Was ist das? Nein, ich kann... Ich hab keine Teams-Bahn. Oh mein Gott. So, wisst ihr jetzt. Also, ich... Ich mach nix. Ich werde gemutet. Warum? Ah, klar. Du hast nix gemacht. Ja, was hab ich gemacht? Ja, was hast du gemacht? Was wohl? X-A-Luku kannst du den Channel 3 reinmufen oder so? Ja, guck mal, Alter. Du bist so ein Wuso, Alter. Ja, klar. Das gibt's ja gar nicht, Alter. Ja, du kommst einfach vorher... Kack-Server. Ich? Alle hacken. Ja, oder du. Keine Ahnung. Oder dein Kollege oder so. Ich hab Hack-Server reingeschrieben. Hack. Und da hab ich gesagt Kacke. Weil die Hacker Kacke sind. War da ein Stern dran? Nö. Was? Ihr erstmal in die Grundschule und wenn du die geschafft hast, die Grundschule, ne, dann können wir uns doch nochmal unterhalten. Ja, du bist inkompetent, Alter. Ja, du bist inkompetent. Echt? Ja. Du bist früh. Was heißt inkompetent? Sag's mir. Sehr komplex. Das heißt, weil man keine Kinder zählen kann, okay? Wo wusstest du denn? Klar. Ja. Google ist inkompetent. Komm, flamm weiter. Flamm, 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 flamm. Okay. Was? Zur Hölle, wurde ich krass? Rausgesniped! Ich kann gerne weiterflammeln. Ja, komm, flamm. Flamm, flamm, flamm. User, join your channel. Also, ich würde lieber aufpassen, weil... Ja, ich... Auf das... Risch mich die Dusse... Mach's eigentlich. Wir haben schon mit Baumkanone geredet, also du wirst wahrscheinlich die moddet. Ja, klar. Kanone. Oh. Oh. Oh lord. Und hier hab ich ja jetzt Angst irgendwie, ne? Jetzt hab ich ganz Angst. Ja, ähm, sag mal wie alt du bist. Ja, klar. Ja. Ich mein das ernst. Ähm. Ich mach mal ne Schöner, ne? Kommt dann da rein. Ja, alter. Ja, nicht du, ne? Alter, solche Worte. User was moved out of your channel. Komm, wir gehen einfach runter. User left your channel. Er ist vielleicht grad mal elf geworden. Ich bin fünfzehn. Alter, selbst meine... meine Schwester hört sich männlich an. Und sie ist elf.